Hallo, mein Name ist Björn und heute wollen wir über die Ampel reden in Albus Cyrus, unserer Plattform für die Diagnose industrieller Netzwerke. Die Ampel zeigt uns durch ihre Farbe direkt einfach verständlich an, in welchem Status sich das Netzwerk gerade befindet. Das heißt, wie in diesem Falle rot, das Netzwerk hat ein akutes, anstehendes Problem. Wie hier auf dem Atlas Out of the Front auch angezeigt. Durch Klicken auf die Ampel können wir direkt eine Liste abrufen der Warnungen und Fehler, die im Netzwerk generiert wurden, sortiert nach der Art des Fehlers und, wie wir hier sehen können, jedes einzelne Gerät wird dieser Liste zugeordnet. Das heißt, durch Klicken auf das Gerät selbst, kommen wir direkt in die Topologie und bekommen hier eine Liste der Daten dieses entsprechenden Gerätes in der Topologie angezeigt. Für weitere Videos schauen Sie gerne nach auf unserem YouTube-Kanal und wenn Sie weitere Fragen haben, dann können Sie uns gerne kontaktieren unter info-at-prozentec.de. Dankeschön. Dankeschön.